t mehr leute was geht und willkommen zum jazkos 2 multiplayer mit mir im showbox und dem sergeant cola neuen genau und genau heute mit jazkos 2 multiplayer und in keine ahnung vier tagen oder so wird das ganze auch um die liest na dann können wir das immer spielen als jetzt immer noch die beta die geht noch drei tage oder so ich freue mich mit dem einzigen server hier genau und wir connecten gleich mal das ist nämlich eine relativ neue sache es gab zwar immer schon mal am wochenende schweiß windows vorab schimmer katzmann erstatten und wir haben uns ausgemacht dass wir gleich uns am flughafen treffen das heißt durch tp airport so weil hier ist immer bissel die party los ich finde auch immer jetzt ziemlich cool mit den ganzen angaben ok ich merke gerade es leckt es leckt oder das geht ja warte ich lande erst mal tp airport ist da oben irgendwo kommt ja geh mal zu jemand anwurte gesproken ist hier was zu der großen halle der großen turm da bist du bist du da bist du da und landest du gerade ich bin jetzt auf so einem gesunden so eine rüssel hier diesen schweiß ich bin auf der großen halle und drauf auf den flughafen ich glaube ich jetzt gerade drauf und vielleicht können wir noch den teils um überzeugen dass ich irgendwie auch ich habe das mal doch auch mein gott scheiß es ist laut ich habe auch ihr seht oben rechts das ist schon ich weiß gerade so ganz wie das hier mit dem sound ist settings vorerst mal halbieren digga so wie so ob es so wird es durch das passen es sogar der jahre muss ich habe gestorben ich habe ich habe gestorben und der kläger der km also ich hätte gedacht dass man jetzt erst mal mit welchem ich gerade das behauptet nicht mehr kontinuiert geben und heute nicht nur kurz testen ob das mit den slypern überhaupt geht weil ich habe letztens das den eindruck dass es nicht wirklich geht weil jemand gestorben ist deswegen wollte ich es kurz an die ausprobieren das sollte ich glaube nicht so lange das ist ja wo ich schon eine waffe habe ich darf erstmal wieder auf einem guck mal ich weiß nicht wie das ist wie lange der schuss so braucht weißt du ist das so instant ankommen oder wo bist du wieder da wo ich dich getötet habe nicht mehr schläft es nach der Welt muss ich besitzen muss ich genau auf den Ziel und dann schießen oder achter Schlechner der guck mal Koma schießt direkt auf ihn drauf es könnte alle jetzt bezeugen und das geht nicht und ich bist du das ja jeden Tag wie viel Geld hast du hey wie die durch meine Waffen wechseln nur mit denen mit den runden vierjährigen Tasten da links hast du die auf der andere nicht da wo ähm AY und dieses Zeug ist auf der anderen Seite wo du hast du musst halt auch Not drücken ich würde sagen wir holen uns erst mal so ein schickes Autößen wenn es das gerade auch gibt ne ich will ich nie ne ich bin das behindert 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 doch mal jetzt hat er mein Auto kommt macht so momentan meine Freundin schnirren ich bin zu schlecht all das Grönlich kann überfahren achte schon nach der Stelle ist doch Komma das ist gut gut ist gut spritzt es spritzt in Koma er hat auch die weniger ach Gott stehen ich finde es irgendwie blöd mit Sniper hier steht noch Auto ist auch schon weg also ich finde das ähm hier Schuss und so Systeme, zu wissen muss noch etwas verbessert werden aber schnell mal klein mein Flugzeug leider ich, leh, ich war jetzt Kamikaze das ist eh schon weggeleckt hier wow leh, jetzt wird die Anzeige, dass ich mir auch angezeigt, wie schnell ich bin oh nein, ist das dein riesen Flugzeug? bist du da dran? äh, der leckert mich nicht oh nein leul, 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 bis auf den großen Turm? nein oh nein, ich bin hier gerade, du die oh Trudel, du musst heute zum schnell fliegen, Alter, dann willst du es ausweichen ne Junge, das geht nicht mit, hier ist jetzt wieder so ein geiles Auto und der Spock, das leckt, Alter wo bist du? ich, warte, sag wo, wo du, wo du bist, dann komm ich hingefallen ja, ein Flughafen, oder? na, ne bist du? ich bin so ein großes, großes Militärauto ich fahr jetzt über dem Platz nein, oh nein oh, das war jetzt eine Herzattacke ja, ich komm jetzt mit gerechnet, das sagt, das, äh, auch grau ich weiß nicht, ich schweige ich, dann muss auf den großen Turm auf den großen Turm, ne, ich hab'n Auto, Digga ich schrei schon bei dir ein Kalb beeindruckt, du bist so, stopp, stopp, falls da runter wurde Spornt, falls da runter wurde Spornt, weil da runter wurde Spornt, wo du Spornt ich komme ja ich bin tot also abgehört ich würde sagen er gibt zwar mein Auto wieder was macht er mit dem schönen Auto oh Gott Mutti ich bin bei dir du bist der blaue Punkt ich merke mit dir so der gibt uns erstmals Auto wieder so ich komme zurück bist du bist du das ja ja komm Junge behindert toll jetzt bin ich tot danke ich wusste egal ich dachte ich kann mir einfach mit Einstein an anderen Seite ja kannst du euch auch aber halt nicht in der Fahrt glaube ich aber es ist lang dank der lieben netten tp-Funktion ich bin jetzt auch da wo alles bohnt ja warte ich hole wieder so ein Auto wenn es wieder da ist also der der hier Flughafen der International ist eigentlich der Haupt Schlacht Punkt ja und ihr könnt auf jeden Fall das jetzt hier bisschen öfter erwarten weil das wird ja auch jetzt bald released und schon jetzt nur so ein Geiligung und man kommt ja eigentlich nicht runter so springen so und so schon haben wir sie so ich habe eine Minigun hier nein fuck wie hast du die Minigun wie kannst du die ganze erst auswählen nein die musst du dir erstmal holen wie muss man die sich holen wo gibt's denn dann zum Turm Komma zu mir wo bist du also es lässt sich aber auch dass du da ich bin schon lange wieder da ich hätte die abstehend ist ungelegt abstehend ist ungelegt noch wo bist du jetzt da ich stehe an der Einfahrt schießes Flugzeuger Prozent Prozent das war einfach da wo du sponst und siehst du mich an kommst du bist ein blauer Punkt zähl die grün bist du aber es ist nicht als er ist dann noch stehen das ist nicht die rechten Einfahrt da wo das grüne Flugzeug da die Antriebs das ist das nicht im Flachflughaus ist ein Einfahrt erst mal ja wohl im flughofen die jungen wie schnell er abhebt nein 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 nicht abschließend jungen wie ich zu stress naja da fliegt er weg da fliegt er schlecht wiss 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 junge vor allem jungen das macht mich mit seiner abgesiegten vier schrottlinde fertig und nicht bei der die ganze zeit auf den traf das kürzer und kürzer weil es wie sie gar nicht es hat 70 geld ich hab 77.000 ja du hast ja auch schon ein bisschen heute noch nicht wach und womit ich mich wehren kann schön groß an unsere deutsche lager ja leute also hier sind wir wieder also die kleine windows meldung im hintergrund war die das bandicam nicht registriert ist also wir sind jetzt wieder da junge 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 das ist doch hier behindert ohne enter haken mod naja ich werde mich jetzt mal etwas besser anstellen ach ja wir werden das wahrscheinlich ach ne machen wir nicht ja ist wirklich ein behindert ohne ach sobald sie wissen wollt wie man den mod einfügt was das für eine ist dann guckt einfach mal auf unsere videos die wir ja wir werden auch zurück ja wir werden auch zurück ja wohl aber Multiplayer geht keinem und wer sonst blöd wenn die anderen halt ein haben und die anderen nicht und diese bollwies hier mit ihren Hubschraubern Juuuge guck mal alle fahrladen sind 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 ich ja ich komme er ist so wichtig kommen steigern zwar rechts Prozent nach jungen ich habe ich umgefahren das ist doch schon sie sind und ganz auf der Bisse wie geht das die Bertha also ein controller und ich glaube das ist ja warte 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 guck doch nicht wie ging das ich hatte mal schon mal etwas hinkriegt ein zu abzuschütteln warum sieht sich einmal auf auto drauf und rückwärts du bist abgestiegen schießen nach uns runter stopp moment ich werde gerade umgefahren nicht er ich kann jetzt die ganze zeit warten ich komme zurück ich bin einfach tot ich bremste noch der feuer ich bremste davor okay physik gestorben ist ich weiß ich bremste noch davor damit er nicht so schnell weg fährt und umfährt nicht einfach trotzdem weiter wieder hier dings drauf hat so warte ich weil ich fick den jetzt so dass nächstes fällt die ich bin in seinem riesenflugzeug drin das prägt dir was was dir was habe ich für eine waffe da genau und stets also testen sind vier tagen also da ist dann die beta vorbei und in 87 sonst was tagen ist dann hier so meine leute von heute wer denkst du natürlich nicht junge junge weißt du ich schieße direkt auf den händler wo bist du was machst du so gerade also das ist so ein ganzer bestand nirgends muss noch ein abschließt weh muss ist das schaust die schließt jetzt keine lehnen es gibt es in der mediativen wo ist aber jetzt zum einen gewissen Dankeschön nicht hören wie das Auto, wenn es da ist so es ist sogar da ich spielst du so ein fähiger ich fahre wieder mit dem Auto rum wie bist du mich? das schießt sie mit seinem Minigern Junge, Junge, warum? ah, Minigale Leute, ich bin einfach gleich tot das Auto, Junge Junge ich bin explodiert was? und gibt's in den Minigern warte, ich zeig's dir ach hier ähm wo das schon ähm warum lebt das so lange? er mega und zwar, ähm ist doch hübsch aus hier ja, warum bin ich jetzt tot? oh krall, Alter, der hat mich erledigt was für eine schwule Sau, ey okay, geh mal auf die Mitte von dem Hauptgebäude also das Haupt-, Haupt-Hauptgebäude ja? ja, im TP Airport ja, naja, immer ja so, da bin ich los los, irgendwie aber Battlefield alle die Schüsse ist da in die Mitte vom Hauptgebäude komm ich ne, nicht in, auf naja, ist ja klar da bist du, okay ja, du dürftest schaden kommen ok siehst du mich? ich bin über dir komm, folg mir wo bist du? über dir ich bin grad an dir vorbeigeflogen ja, du musst ja mal was sagen vorher hab ich komm jetzt hier an so Junge geh ans Hauptgebäude ja, bin ich gut so dann gehst du runter 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 ne, hier in Richtung Landebahn äh, noch so eine Landebahn okay bisschen mehr nach links 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 siehst du mich? ja, ich seh dich bin ich so dumm wie du rechts rechts links runter Junge, bist du wirklich so behindert? Bist du da vorne? du bist echt so krank bleib stehen, bleib stehen bleib stehen bleib stehen du bist so krank im Kopf, Alter das ist nicht mehr warum ich? nein nicht ne, ganz ehrlich ne, ganz ehrlich wo gehst du? Bist du? Junge ganz oft jetzt, folg mir ich hab's gesehen, wo du hängst Junge, die Bombe hier grad die ganze drum weg na auf jeden Fall gibt's sonst dann immer ach 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 ach, ist es immer noch also hier oben jetzt bist du jetzt bist du jetzt bist du oh Gott warte ich helf dir ich hab's mal weg natsch ich hab'n gefühlt was ich hab's mindestens fast 100 Euro bekommen halt 100 Dollar boah dann kannst du auch irgendwie Geld irgendwann hier joint oder so was, ne achso ich hab's was hin nein oh Gott wenn du das hinkriegst hier ein Flugzeug zu Agatha wieder in der Mitte treffen ja also wenn wir dann wieder also die Folge wieder abrupt beendet ist dann ist das lieber fraps was meint dass wir bezahlen sollen ich sitze hier in so'n Heli drin und komm zum Mittelpunkt äh ja du kannst ja eigentlich auch mit einstellen oder ich will mir auch ein Heli ach warte ne komm hier das Flugzeug ne warte warte ich sehe stopp 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 fliege du das Problem ist du kannst mich ja nicht sehen du bist irgendwie eingeschränkt ich werde abgeschossen da bist du stopp ja ok komm mit in das Flugzeug warum roll das aber was für ein Flugzeug das ist ein Auto das ist ein Flugzeug du sitzt gerade mit einem Auto ich sitze in einem Flugzeug dann warst du das doch nicht verdammt ja das gemacht du Junge jetzt geh auf das Hauptgore und dann folgst du mir anständig okay ja geht klar Mama Junge wie groß das alles hier ist ja du bist bei so'n Silberbült Flugzeug nein ich bin auf dem Hauptgebäude wo wir uns jetzt treffen wollen ja da bin ich auch gerade